In diesem Raum, der sich im zweiten Stock unseres Museums in der ehemaligen Möllersdörfer Kammgartenspinnerei befindet, werden wir in den nächsten zwei bis drei Monaten eine neue Sonderausstellung einrichten. Das Thema wird sein Industriegeschichte von Dreiskirchen. Der Holzboden dieses Raums ist noch sehr gut erhalten und man sieht die Spuren der Maschinen, die einmal hier gestanden sind. Es waren die Maschinen der Weiferei, wo auf sogenannten Weifen oder Haspeln die Wolle aufgewickelt wurde. Bei den Umbauarbeiten konnten wir auch noch die Originalfarben der Holzsäulen freilegen. Man sieht das hier. Und wir haben uns entschlossen, den Raum in den Originalzustand der Fabrik zurückzubringen, soweit es uns möglich ist. Also mit dem alten Holzboden und den Holzsäulen in grün-weiß gestrichen. Das Team vom Museum Dreiskirchen hat sich in den letzten zwei Jahren sehr engagiert, sehr viele Ideen und Objekte gesammelt und wir werden die interessantesten und für Dreiskirchen wichtigsten Firmen in dieser Sonderausstellung präsentieren. Für das Layout der Ausstellung hat uns das Team der New Design University St. Pölten unterstützt. In den nächsten Wochen bringen wir dann Kurzfilme, wo wir einige Firmen vorstellen werden als Einstimmung für die Ausstellung. Also freuen Sie sich mit uns auf eine gelungene Sonderausstellung und wenn alles planmäßig läuft, können wir im März 2022 eröffnen. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017